In Brüssel begrüße ich Terry Reintke, Co-Vorsitzende der Grünen der Europäischen Freien Allianz im Europäischen Parlament. Wie realistisch ist es, Fördergelder für Ungarn einzufrieren? Also es ist heute auf jeden Fall sehr viel realistischer geworden und deshalb ist es ein guter Tag für Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union und für den Schutz von genau diesen Steuergeldern, weil wir gesehen haben, dass die Kommission jetzt ernst macht und genau dieses Signal, das muss man senden an Leute wie Viktor Orban, um klar zu machen, wenn ihr Zielmarken nicht erreicht, wenn ihr Bedingungen nicht erfüllt, wenn ihr den Rechtsstaat nicht besser schützt, dann fließt eben auch kein Geld. Diese Konsequenz hätten wir uns schon früher gewünscht, aber jetzt wird endlich ernst gemacht und dieses Instrument der Konditionalität eingesetzt. Aber die Hürde für ein Einfrieren ist schon ziemlich hoch. Also 15 der 27 EU-Staaten müssten zustimmen, die sogenannte qualifizierte Mehrheit. In der Tat, jetzt liegt der Ball im Feld der Mitgliedstaaten. Es wird darauf ankommen, sich jetzt gut zu koordinieren unter den Mitgliedstaaten, die eine große Mehrheit stellen, die eben Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Demokratie in der Europäischen Union verteidigen wollen und sich nicht erpressen zu lassen, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, was für ein Mensch Viktor Orban ist, dass er immer wieder versucht hat, unterschiedliche Themen gegeneinander auszuspielen. Wir sind jetzt gerade in der starken Position. Wir haben den Hebel, das müssen jetzt die Mitgliedstaaten bestätigen beim kommenden Gipfel. Und dann hoffe ich, dass es wirklich dazu kommt, dass sich in Ungarn was ändern wird. Die ungarische Regierung sagt ja, dass es auch deshalb Stress mit Brüssel gibt, weil Ungarn den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands noch nicht ratifiziert habe. Wie schätzen Sie das ein? Naja, wir sehen ja immer wieder, dass Viktor Orban versucht, solche Sachen wie zum Beispiel den Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO, aber auch so Fragen wie die Ukraine-Hilfen, wo es Einstimmigkeit braucht, um die Mittel zu mobilisieren, dass er die nutzt, um Druck auszuüben auf die anderen Mitgliedstaaten. Ich glaube, in der Vergangenheit ist viel zu häufig gesagt worden, wir lassen das Viktor Orban durchgehen. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren, weil wir an solchen Stellen mit einer gemeinsamen Entschiedenheit uns dem entgegenstellen müssen. Am Ende des Tages ist es nämlich Viktor Orban, der in einer viel schwierigeren Position ist. Und deshalb, wenn jetzt die anderen Mitgliedstaaten zusammenstehen und nicht nur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verteidigen, sondern auch den Schutz von EU-Steuergeldern, dann glaube ich, dass sich da wirklich das Blatt wenden kann. Terry Reintke, Co-Vorsitzende der Grünen Europäischen Freien Allianz im Parlament. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.